Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, hab ich Holz? Ja. Also, ja, ich würde mal sagen, wir gehen unser Haus weiterbauen. Ne? War das da oben? Ja, ne? Ja. Und wie ihr seht, habe ich ja nur das Text-Shop-Hack. Wie heißt das? Das Border-Craft, glaube ich, 64x64. Und ja. Also, dann, wie baue ich das mal hier? So. Äh, es laggt. Sag ich mal. Ne, sollte eigentlich nicht laggen. Naja, ist jetzt schon auf, nachdem ich was ausgemacht habe. Was hat das? So, das war mein Skank, das habt ihr gehört. Wahrscheinlich. Und ja. Äh, Black, ne. Bis hierhin. Verdammt. So. Ist das eine Axt? Ja. Aus Eisen. Sieht ja nun aus. Dön, 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 dön. Dum, bum, bum, bum. Und so. Jupp, das stimmt. Hier machen wir dann mal zu. Dann buddeln wir den Boden aus. Wir wollen ja schönen Holzboden. Und sagt mir heute meinung zum Textschubner. Ob ich meinen Anstieg machen soll oder das lassen soll. Und ja. So, so. Ah, egal. Was überbauen wir gleich hier lieber. Zack, zack, zack. So, dann so. Komm. Was hätten wir fast? Zack. Noch ein bisschen. Komm schon, beeilig. Komm. Zack. Na. So. Jetzt höllen wir mal den Boden aus. Und man sieht's nicht mehr, dass da man noch war. So einfach geht das heutzutage. So. Bom. Zack, zack. Hm. Irgendwie sieht der Boden doof aus. Oder? Ach, nö. Passt schon. So. Zack, zack, zack. Ach, genau. Das ist ja die Wand. Plopp, plopp, plopp. Jetzt noch ein bisschen hier. Und da. Verdammt. So. So. Ich finde ich. So. Okay, dann. So. Das haben wir jetzt fast. Gut. Eins, zwei, eins, zwei, ja. Und ich weiß gar nicht, ich glaube ich hab mir jetzt noch so ein Mod installiert, dass ich hier Türen stecken kann und so. Aber ich bin mir grad nicht sichter. Doch, doch, denn hab ich. Meinem kann ich auch Fleisch stecken. Äh, hab ich hier ne Tür? Aber ganz viel Boot. Und dort kommt, wie sieht denn der Redstone aus? Naja, das Textabec ist schon lustig. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich mir machen wollte. Ach, genau, ne Tür. So. Zack. Die Tür hätten wir dann. Verarbeiten wir das Holz mal weiter. Blub, blub. Und zack. Dann haben wir hier noch weißes Holz. Und das bin ich dann auch schnell. Zack. Und das Holz hier. Okay, dann warten wir mal ein bisschen. Wo sind eigentlich die Monster? Ich bin so cool, die trauen sich nicht mehr raus. Ohm. Verdammt. Ohm, verdammt. Jetzt aber. So. So. Und dann hier lang. Komm, komm, komm. Fremix. Okay, das reicht. Mhm. Ich hab auch oft die Miene. Aua. Naja. Es lohnt sich noch nicht, was zu futtern. Und ich hab hier noch mehr Boot. Jetzt nicht mehr. Und so. Dann pflanzen wir hier mal Bäumchen an. Einmal hier. Und einmal hier. Zwei schöne Rosen. Ach, das ist mit Blumen. Verdammt. Egal. So, wo sind Schafe? Ich will gelbe Schafe. Schafe, Schafe, Schafe. Schafe. Da hinten. Oh, die Tiere sind in diesem Text. Schafeckt alle so ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen. Hache aus. Aber was kannst du? Na. Sag, da hinten war doch ein Schaf. Ja. Hallo Schaf. Du bist jetzt gelb. Bleib stehen, bleib stehen. Und jetzt geb ich mir leider alle. Ich bin so fies und gemein. Und jetzt werfe ich sie wieder weg. So. Das hat sich gedacht. Hab ich noch schwer dabei? Ja. Ja. Bum. Bum. Tot. Nix. Verdammt. So. Dann, 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 dann. Ach, ich hab doch keinen Bock mehr auf die Mine. Und ich baus? Ne. Und ich fache, ja. Uh, Magic. So. Und schon ein bisschen das hier. Ich würde sagen, doch ein bisschen Sand. Und bevor mach ich mir aber nochmal ne Schaufel. Blop, blop. Äh. Schaufel. So. Zack. Oh. Was kann hier noch da drauf? Ah, wir können uns nen Bogen machen. Blop. Zack, zack. Verdammt. Aha. Bogen. So. Ey. Komm ich aus der Tür, bin ich doof, oder was? So. Ist das Holz? Komm, zeig schon, Minimap, wo hab ich Sand? Okay, da vorne. Pumpkin. Hello, Pumpkin. Hallo, Pumpkin. Hello, Pumpkin. Ach, schon wieder nix. Die Schweine sind scheiße. Ah. Ein Stück Fleisch. Ach, hier war ich schon. Vielleicht ist das ein paar Wasser raus. Ne. Das ist ja langweilig. Oh, so. Und das wird dunkel. Ach, verdammt. Egal. Ein bisschen, das nehm ich noch mit. Ich hab mir doch nicht umsonst diesen langen Weg gemacht. Oh mein Gott, sind das viele Blumen. Warte, fuck. Egal. Hier noch einer durch. So, und so. Komm, beeil dich. Sauber. Und da liegt noch ein Stück Sand. Ich glaub, ich bin drüber gelaufen. Egal. Zack. Damit ich auch schön was sehe. Noch ein Stück, noch ein Stück drauf. Ich bin fast im Häuschen. Eine Hölle, bessere Sache. Und die ist hier unten. Locken. Aua. Ich bin echt lieblich. Nur noch. Pen. Pen, pen. Geht doch. Jo, no. Ahem. Verdammt. Und stört? Ja. Ich kommst jetzt einmal da rein. Und du da? Und du da? Das sieht aber doof aus. Ach genau, das wollte ich alles mit Greenstone machen. Zack. So. Sind hier noch Monsters draußen? Hm, echt komisch. Jetzt Creeper. Boom. Fuck. Die Acht sieht vernustig aus. So. Dann wollen wir das mal noch ein Stück höher. So. Verdammt. Egal. Das mache ich mal so. dann mache ich das schon direkt hier überall und weil ich Vorschläge habe, was ich bauen kann schreibt es in die Kommentare